ja hier leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren battle wir haben uns dagegen entschieden noch mal den tarnranger zu nehmen sondern wir haben das super kommende genommen gegen den das weiß wenn ich für den den der spieler ernein weil es jetzt ein unentschieden war und wir brauchen entscheidung ich habe gewonnen leute mehr hat er nicht nennen kann er die letzte folge alle mal angucken dann immer welche gewonnen habe ich gewonnen oder mehr zinkegleich das spieler hat entschieden dass ich habe es noch kälte ich dass die sonneblumen gerät die du abgeschossen hast naja ich hab sie da und dann gelassen will der weg war ab es gibt keine neuer der gar zu das ist meiner das ist deiner bohnen ganz viele gefährliche bohnen drohne nein nix drohne ich rede hier von bohne ne vorlage geil ja ich hab schon länger auf den geballert mir wurscht das war mein kill nein das ist meiner so sieht's aus oh da ist noch eine katapiermine die sonneblumen hat eine rakete direkt in ihr gesicht überlebt hat nur 24 schaden genommen saman macht eine rakete nur 24 oh fuck laser bean yes nein es war wieder eine top pflanze und zack da bin ich auch tot wie viele kiss hast du gemacht im ersten zwei ich auch geil wir haben schon mal wieder im ersten neben ihren unentschieden geil ich hab sieben schaden gemacht mit meiner rakete also raketen läuft halt nicht so bei mir ich habe wieder eine vorlage nice ja okay natürlich ist das ding natürlich kaputt wo ich hier bin der unnicht oder will mich diese drohne jetzt verarschen und wir haben enggarten genommen so zwei erst weg schau mal ist der nicht nett der schenkt er sogar noch eine bohne ist es war einer wo das noch ein Pfost der Pfost ist gefährlich er ist dann da war das noch ein feuer oh das ne scheiß hä was mit dem feuer los das dort ok den Blut so wie soll ich 3 4 Streaks sogar schon 1 und vorlage ja du hast mein wahrscheinlich jeder kartik hält den aufdacht ich habe gerade den teleporter beteiligt ja da und ich habe meine nachdenken ich balle gerade auf die kaktin da oben ja der schnapp ist schon wieder weg ich finde ihn nicht mehr da ist er da ist er 5 Streaks 9 alter VTF zander der typ das muss man wieder leben recken ich heiß feuer absurde jetzt sollte ich mal wieder leben alter wie viele drohnen haben die noch viele so viele so viele wie kaktin halt ne so viele so viele so viele blume 3 hp als erst mal ganz gechillte wieder leben holen ruf alter was ist hier los bei mir wenn wir sind alle Pflanzen irgendwie und keiner gehört mich an oder okay jetzt gehört er mich an euch und dort das heißt erbster ich sehe sie leider nicht mehr wegen dem Smog sonst würde ich dir sie dich rächen und so ne ich schon tot geil im spawn designer oben ist auch noch einer ne kaktär aber schon wir hatten schon gewohnt ist da andere garten okay gut zu wissen ich hab grad zwei leute gekillt Digga hab spawnen alter das war mehr kills aber ich hab die bessere streak so siehts aus das ist egal es geht nur noch kills ne 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 du hast gesagt es geht streak Leer und er war nicht weg du hast gesagt es geht nur noch kills also ja letzte Runde hast du gesagt es ist die streak darum hast du gewonnen sonst war die letzte Runde unentschieden das ist aber wieder unentschieden weil ich ja mehr Dinge hab ja nach was gehts jetzt sagt ja nach kills ja dann haben dann ist aber letzte Runde unentschieden ne doch weil da waren wir beide elf kills oh weg alter wie was über die d die eher wollen du oh jetzt hab mich ne bombo so mehr gut das ist das streak ja wir werden alle balle nicht gewinnen weil dieser vater lehrt der riesen siemals weg ja wir müssen ja nicht die besten sein so siemals weg trotzdem wenn dann denn schon ja natürlich dumme balle aber ich bin ja erster von dem her ja ja weil ich halt streaks mach der macht halt nur kills und keine streaks ich mach als streaks killstreak man ich fühle es nicht ja jetzt in der Tod man er hat mir wieder mein kill ich höre aus die zukunftskrackte war meine ja ich schon 2 max gedrückt ja das war einfach lak schaue da ich habe einfach drauf geballert irgendwie rein und dann war da halt grad die zukunftskrackte die reingelaufen ist da ist es selber schuld die schloppe macht der durch und jo jo was geht hier ab wie viele solen explodieren da drin ja ich bin in eine reingeschubst worden und dann bin ich weggehilft mit dem sprung da und dann war doch noch eine noch eine bohne und dann bin ich weggelaufen ich habe zum glück überlebt ist einfach voll lack okay ist klar zu seinem blumen wir kommen eine bohne ins gesicht und verliert nicht mein leben jetzt hat mich noch begegnen und wo alter kommt er die nicht mehr gehörte jetzt von lpp würde bei der dd dd als erstes in den oder wie viel gegner ja Yes Yes, 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 what the fuck Ja, ne Natürlich mal sch德 wieder und so eine scheiß Drohne verfolgt mich Ja ich bin immer noch askbar marcus es wurde ihm zu viel dass ich hier merke es hat wie er dass ich gedacht er geht lieber also ich habe mehr punkte nicht mehr jetzt tschuldigung wollen ja hier keine falschen infos verteilen ja der schnapper taucht unter dem gebüsch durch frisst mich und der potenziert er zurück laut er mir wieder den kill und glaube ich die leute glauben ja eigentlich nach dem anderen darum habe ich auch so viele punkte weil ich so viele beschissene vorlagen nur bekommen so beide weggeholt sowas nenne ich die mensch aber dann kam von hinten er gehen nach dem zukunftskaktus und marcus hat somit offiziell 0 Kills an der ich würde sagen ich spiele die Runde fertig wir wissen ja die Runde wer wahrscheinlich nicht an mich gegangen auch wenn die mg absen mich noch geholt hat hallo auch wenn die mg absen so leute da bin ich wieder irgendwie ist hier grad dank markus abgekackt was los ja du bist connected auf einmal hat sich mein spiel klein gemacht und er ist geöffnet auf einmal hat sich mein spiel klein gemacht und ich würde sagen schuld 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 Aber wie viele Leute wollen mich hier noch jagen? Ich bin irgendwie meist gesucht hier, habe ich so das Gefühl. Oh, man nennt sich immer noch welche Oster aus der Oster. Oh, das ist dann. Naja, wieder ein paar geholt und denen hier noch Smog in den Garten gesetzt. Bösartigen, ganz bösartigen Smog. Aber irgendwie läuft gerade nicht so, weil wir den Garten nicht bekommen. Ich kann an dem Garten so viel kämpfen, wie ich will. Ich bin alleine und alleine kann ich den Garten nicht einnehmen. Außer die Pflanzen tun nichts, aber das Pflanzenteam hier tut was. Das ist das Problem. Bis auf die Kämpfer da oben, die ich schon wieder verschossen hab. Ey, heute mit den Raketen geht einfach gar nicht. Jupp, die Sombrero-Bohne sprengt mich über ein Auto hinweg in die Luft. Ich dachte immer, man kann Deckung nehmen vor solchen Bomben, aber nein, jetzt haben sie schon Wallhack. 27 Kills, eigentlich ist es eine gute Runde, muss ich sagen. Eigentlich ist es eine gute Runde. Aber es ragt mich trotzdem ein bisschen, weil die könnte besser sein, die Runde. Und jetzt war ich jetzt immer wieder nur ein plannedes Runde. Alles k foss чер war, kann ich intercept den Runde okay. Icheme immer eine gute Runde. Ja, genau! Tut das steht! Ja, dasºhk! Jetzt hat er wieder die Rakete überlebt. Na okay, die war aber auch nicht so perfekt. Aber dass mir dann der andere mit seiner Rakete den Kick klaut, das ist dann gleich noch fieser. Na, natürlich bin ich festgeschleimt vor drei Erbsen. So, 30 Kills, ich hab übrigens gleich Mr. Faharderri mit den Kills überholt, weil der 30, ich hab 30. Und ich bin immer noch Erster in der Liste, mit nochmal fast 1000 Punkten mehr wie Faharderri. Nein, natürlich steht der, ey, die Rockets heute, die Rockets heute, verflucht sind die Dinger. Na, zumindest mach ich mich jetzt mal nützlich und Captain Garten ein bisschen immer wieder. Weil es geht mit dem Teleporter eigentlich ganz gut. Hinrennen, einnehmen, wegrennen. Naja, nicht wegrennen, normal versterben und neu hinrennen. Ich könnte mich jetzt natürlich auch irgendwo vercampen, aber hab's ja nicht mehr nötig. Kills kommen ja auch so. Zack, kills. Jetzt geht er hier nicht um Serien, es geht ja nur um Kills. Kill, Rache aus dem Grab, Digga. So, jetzt hab ich den Mr. Faharderri auch überholt. Jo, Garten gecappt und damit wären wir beim Finale. Hier, Kaktus, versucht mich da schon wieder abzusnippern. Irgendeiner aus der Richtung. Eine Alienblume, nice. Leichtes Fressen. Los. Oh. Ich komm nicht dran. Könnt dran liegen, dass du grad Mr. Roboboy bist. Was? Könnt dran liegen, dass du Mr. Roboboy bist. Boah, war das gerade Glück, ey. Oh, fuck. Boah, war das gerade Glück. Yes. und wo kam der solarstrahl von da oben hinter mir der schleim hat mich getötet von einem schleimpilz ja gut der nächste versuch leute der nächste war so killtechnisch hat mich vorher days leider wieder eingeholt weil ich ja versuche ins haus reinzukommen und der scheinbar immer noch am snippern ist mal wieder hier ein sieg würde ja auch nicht schaden ein markus da sein markus lebendig und der beschießt mich bis jeden hier einfach im brunnen sitzt also das pflanzen dem verteidigt richtig gut aber gegenwissenschaftler kann man das machen da hast du schon verloren nein jetzt rüst den schnapper direkt vor händen du hättest ihn nicht mehr egal ich wäre vor der tür gestanden mann oder ich hätte händen können oder erinnert wird aber egal ich möchte ich abgegangen in erster bei den sommer ist eine komplette runde gewonnen und dann noch eiskalt 16.675 münzen gemacht kann man sich nicht beschweren 17.000 münzen mehr ist genug ich bin mit fahrer der lari die gleich auf 41 kills und damit leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal bei einer weiteren folge pvz bis dahin servus und ciao glitzer 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 pack